Das steht im Koran Bekkah. Anstatt Mekka, Bekkah. Warum? Barakallahu feikum, der Name von Mekka ist auch Bekkah. Anstatt Mim ist Ba. Und das ist bekannt gewesen. Einige haben gesagt, Bekkah ist Zentrum von Mekka. Aber eigentlich Bekkah und Mekka ist dasselbe. Und Bekkah bedeutet, die Leute, die das angreifen, dann verhindert sie oder macht sie fertig. Und von hier kommt das Al-Bakk. Wallah ta'ala ala wa alaq.